Hi Sunbistas, heute gibt es eine Videolesson für die Samba-Spieler aus dem Trommelpalast. Ein neues Frage-Antwort-Spiel, das Frage-Antwort-Spiel 2021. Ich habe gute Nachrichten für euch, das vom letzten Jahr 2020 war viel länger und komplizierter, steht irgendwie ein bisschen für 2020, kompliziert und lang angefühlt. Deswegen sind wir jetzt froh, 2021 muss ja irgendwann besser werden jetzt. Okay, wir haben ein Frage-Antwort-Spiel. Ich mache es langsam vor, ich singe es euch vor. Gar bin ich mit der Revinik, boom seid ihr als Antwort. Dann sind wir hier. Der erste Teil des Frage-Antwort-Spiels 2021 geht folgendermaßen. Giliga, giliga, gaga, 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 giliga, boom, ga, boom, bra. Und nochmal. Giliga, giliga, gaga, 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 giliga, boom, bra, boom, bra. Nochmal gesungen. Giliga, giliga, gaga, 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 giliga, boom, bra, boom, bra. So, hier kommt das Frage-Antwort-Spiel für euch zum Mitspielen. Ich spiele die Revinik und eure Antwort auf diesem Stanton mit. Der Anfang, ganz easy, los geht's. One, two, ready, go. One, two, three, up. One, two, und noch mal. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, ready, set, go. Letztes Mal los. So, es geht weiter in unserem Frage-Antwort-Spiel. Und zwar, wir hängen einen kleinen Baustein an. Ich seh's euch vor, wie es ist. Wir sind hier. Gili-ga, gili-ga, ga-ga, ga-ga, gili-ga, boom, pra, boom, pra, boom, boom, pra. Gili-ga, gili-ga, ga-ga, ga-ga, ga, ga, gili-ga, boom, ka, boom, pra, boom, 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 ba. Gili-ga, gili-ga, ga-ga, ga, 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 gili-ga, boom, pra, boom, pra, boom, 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 pra. Okay, hier kommt's gespielt. Selber Spiel wie vorhin. Rappi, ihr seid hier die Antwort. One, two, alle mitmachen! Drei und vier. Drei und vier. Ab. Drei und vier. Drei und vier. Drei und vier. Letztes Mal. So, jetzt kommen wir schon zum Ende. Ja, fast geschafft schon. Das Ende ist insofern ein bisschen aufwendiger, weil wir eine kleine Sördomelodie haben. Der ganze Block spielt die Rhythmik und die Sördos machen in dieser Rhythmik eine kleine Melodie rein und zwar die mittlere und die tiefe. Die hohe spielt bei der tiefe mit. Die haben da so eine kleine Phrasierung, die kommt euch sicher bekannt vor. Vielleicht ist es aber auch ein bisschen tricky. Ich singe euch den ganzen Break vor. Okay, dann sind wir hier. Kompletter Break 2021. Da geht der Rhythmus dann schon wieder los. Okay, und nochmal. Drei und vier. Da ist der Rhythmus schon wieder. Okay, ihr merkt, wir haben zweimal diese Figur, einmal sind das Kerzengerade, Achtel drauf und einmal sind das versetzte Sechzehntel. Das ist ein bisschen tricky. Und hinten, wenn dann der Pickup quasi kommt in den Rhythmus rein, da haben wir eine Note mehr wie sonst mit der Melodie. Da macht es. So, hier kommt der komplette Break. Mit Sördomelodie hinten. Ich mache die mittlere als gedämpften und die tiefe als offene. Dann geht das Ding folgendermaßen. Schön langsam zum Checken. Einstieg in den Rhythmus und gleich nochmal. Drei und vier. 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 Und nochmal. One, two, ready, go. Letztes Mal in dem Tempo. One, two, three, four. So, finally kommt das Ding. Jetzt natürlich ein bisschen Tempo. Nein, nein, ich hab's noch nicht kapiert. Da hilft nur eins. Zurückspulen und wieder vorne langsam machen. Bisschen Tempo, damit es dann auch richtig zischt. Okay, viel Spaß damit. Macht's gut, bleibt gesund. Bis bald und tschüss. One, two, three, four. Und nochmal. One, two, three, four. Und nochmal. Three, four. Untertitelung. BR 2018